So, dann gönnen wir uns doch gleich mal das neueste Video, weil ich habe heute kein Video gemacht von Meppi und ich habe gesehen, es gibt Transfer-News laut der BILD und zwar Schwolo kommt zurück, das haben wir gerade schon besprochen und Mitty, Selke und Darida wechseln im Winter. Was man aber mal positiv anmerken muss für Sandro Schwarz, dass er trotz dieser brachialen Nichtleistung unserer zentralen Mittelfeldspieler nicht auf die Idee bisher gekommen ist, Darida zu bringen, weil dann wären wir wieder in komplett alte Gefilde gefallen. Das kann man ihm positiv anmerken, traurig ist, dass wir keine Alternativen haben. Ey, ohne Scheiß, vielleicht muss man es wirklich mal auf der Acht mit Seevolk probieren, also ich sehe da bisher gar nichts. Wenn man das jetzt gegen Bayern probieren sollte, weiß ich auch nicht, weil der wird wahrscheinlich schon nach 10 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Ja, dann schauen wir uns mal an, was es so für neue Gerüchte gibt. Mit der Stadt könnte ich mir schon vorstellen, dass er wechselt, weil der kommt ja überhaupt nicht mehr zum Zug. Hat nur noch besommer Vertrag, jetzt könnte man nochmal Geld verdienen. Ja, schwierig im Moment, schwierig, da scheiden sich ja auch die Geister. Ob man jetzt dauerhaft auf Mitty setzen sollte, ist eine andere Frage, aber jetzt gerade, finde ich, wäre er die bessere Alternative. Ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine klassische Ausgabe der Hertha BSC Transfer News. Ich möchte so ein bisschen informieren über die neuesten News rund um Hertha BSC. Die letzten Tage ging es ja mehr um das Werder Bremen Spiel. Heute soll es mal wieder um die neuesten News rund um Hertha BSC gehen. Ich würde sagen, verlieren wir die Zeit und sprechen wir über Transfer News Nummer 1. Mittelstädt dürfte nicht mehr so einen hohen Marktwert haben, 3 Millionen oder so. Mittelstädt, aber wie gesagt, er hat ja auch nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Sieht auch nicht danach aus, er hat 3 Millionen, als ob wir verlängern. Wahrscheinlich kannst du den für 1,5 Millionen abwerben. Also könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ne, hier. Sprechen wir über unsere Torwartposition, denn es geht vor... Vielleicht braucht es auch ein Comeback der Serdar Darida Flügelsang. Sehr gute Idee, oder weil wir ja die Außenverteidiger immer so viel kritisieren, mein lieber Nins. Wie wäre es mit Darida endlich mal wieder auf der Rechtsverteidiger-Position? Haben wir lange nicht mehr gemacht. Wäre eine gute Idee. Rechtsverteidiger, linke Seite, Mané oder Coman oder auch Sané. Einfach mal ausprobieren. ...allem um Alexander Schwolo. Alexander Schwolo spielt beim FC Schalke 04. Ist jetzt ein Jahr dahin gewechselt auf Basis einer Leihe. Wir haben für diese Leihe, glaube ich, 300.000 Euro an Leihgebühr bekommen. Und wir wissen, dass Schwolo bei uns kein guter Torwart mehr war. Aber er kam nicht ansatzweise an seine Leihe. Heute habe ich gelesen, laut Bild, also es wird ja immer wieder was anderes kolportiert, zweieinhalb Millionen Gehalte. Ich habe mal gelesen, dreieinhalb Millionen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Drei Millionen Gehalte für Schwolo. Wenn der wiederkommt, haben wir den noch zwei Jahre an der Backe. Wer nimmt den denn? Und der wird auf Gehalt jetzt auch nicht jedes Jahr verzichten wollen. Hat er jetzt einmal gemacht. Und Schalke hat gesehen, bringt nichts. Ich werde nirgendwo in der Bundesliga gut performen. Also setze ich den Vertrag lieber aus. Ich meine, der ist jetzt mittlerweile auch, wie alt ist er? 30? Ich glaube nicht, dass der auf die zwei Jahre zwei bis drei Millionen verzichtet. ...die er in Freiburg zeigt, hat er ran. Und die Leihe war voll richtig. Er musste den Verein verlassen. Die letzte Saison war ja kein Rückhalt mehr. Und insgesamt... Hat sich auch jetzt hier an. Also nicht nur, dass er durch die... Also generell durch diese... Man muss ja sagen, Plattenhard war der mit... Also es ist immer eine Mannschaftsleistung, aber mit der entscheidendste Akteur. Nicht nur mit diesem Tor, sondern mit vielen Flanken und Standards. Dafür, dass wir nicht abgestiegen sind. Und dass dann, nachdem man ihm auch noch den Bauch pinselt und er Kapitän und gesetzter Linksverteidiger wird, so eine Leistung kommen, ist es für mich wirklich völlig unerklärlich. Da muss man festhalten, dass der Transfer zu Hertha BSC für ihn kein Fortschritt war. Wir haben damals 7 Millionen Euro für ihn bezahlt. Er konnte diesen Wert nie, also wirklich nie wieder repräsentieren. Und jetzt spielt er bei Schalke 04. Und auch dort macht er eigentlich genau da weiter, wo er aufgehört hat. Und zwar spielt er einfach nicht gut genug. Er hat bereits schon in dieser Saison in 12 Spielen 28 Gegentore kassiert. Das ist doch nicht Schwolos Schuld. Ich glaube, das perfekte Beispiel ist ja das Spiel gegen Hertha BSC, als Schalke bei uns auswärts gespielt hat. Ey, ohne Scheiß, Schwolo... Ich glaube, er hätte... Das erste Tor hat er mindestens zu verantworten. Aber das zweite Tor... Ja, damals habe ich mich sogar gefreut, als wir den für 7 Millionen geholt haben. Damals hatten wir ja noch Kohle. Und Schwolo war ein mega attraktiver Bundesliga-Keeper. Da waren ja mehrere Vereine dran, unter anderem auch Schalke, wo die noch nicht ganz... Da waren sie ja auch noch nicht abgestiegen. Und da ging es auch noch nicht um Abstieg für sie. Aber, ja, also gruseliger Transfer rückwirkend betrachtet. Aber hätte ich auch nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich damals über ihn gefreut. Und es haben auch viele nicht-Hertha-Fans gesagt, dass Schwolo ein geiler Transfer ist. Aber absolut in die Hose gegangen. Hat er sich auch nicht bewegt. Insgesamt ist auch die Laie zum FC Schalke 04 einfach schwach. Ja, vielleicht, wenn wir 3 Millionen Abfindungen bezahlen, geht er vielleicht. Aber trotzdem. Er kommt nicht ansatzweise an seine alten Leistungen ran. Er ist kein Rückhalt bei Schalke. Bereits jetzt nach 12 Spielen wackelt seinen Status als Nummer 1. Und man möchte ihn eigentlich unmittelbar ablösen. Jetzt ist es sehr interessant. Gestern, beziehungsweise eigentlich eher heute Morgen, hat Schalke 04, beziehungsweise die Bild geleakt, dass Schalke 04 bereits mit dem Kapitel Alexander Schwodo abgeschlossen hat. Ganz herzlich dein Michael. Nee, ich glaube Stern 1900 hat einen ganz guten Ersatztorwart. Aber vielleicht kann er die Bälle aufpumpen bei Stern 1900. Basti True, danke für dein Prime-Abo. Siebter Monat am Start. Mitty sollte bleiben, genau wie mein Abo hier. Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Glaube ich aber nicht, dass es passieren wird. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Wie stehst du zu Selke? Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich habe auch die Möglichkeit gehabt, langfristig sich an Schalke 04 zu binden, wenn er dort gute Leistungen zeigt. Aber Schalke hat bereits jetzt schon im Oktober entschieden, kein langfristigen Kran. Ist auch geil, wenn das wirklich stimmt, dass sie das einfach öffentlich äußern über ihren derzeitigen Stammkeeper in sowieso schon so einer haarsträubenden Situation, in der Schalke steckt. Sagen sie auch noch dem Keeper, der Selbstvertrauen braucht im Oktober nach zwölf Spielen. Ja, die Laie werden wir auf jeden Fall nicht verlängern. Ich warte auf den Tag, wo Ralf Fährmann im Tor steht und der als Ersatzkeeper auf der Bank sitzt. Ich hoffe ja, dass er noch lange spielt bei Schalke. Erstens, damit er Spielpraxis sammelt und zweitens, damit Schalke da eben auch unten nicht so einfach rauskommt. Von Schwolo zur Rücksichtigung, damit plant Schalke 04 nicht mehr mit Schwolo. Und das heißt, dass Schwolo zu uns zurückkehren wird. Aber jetzt gibt es den Haken. Auch Hertha BSC plant nicht mehr mit Alexander Schwolo. Man ist momentan sehr zufrieden mit Oliver Christensen als Nummer 1. Und damit steht Schwolo im nächsten Jahr eigentlich ohne Verein da. Er ist bei uns dann unter Vertrag und dann müssen wir für ihn im nächsten Jahr entweder eine weitere Laie arrangieren. Oder für ihn dann einen festen Transfer arrangieren. Ich finde, für Schwolo wäre es am besten, wenn er zum Beispiel fest ins Ausland wechselt. Er will direkt, hau ab aus Deutschland. Ganz ehrlich, für dich wäre es wirklich am besten, Mappy gibt ihm Deutschlandverbot. Für dich, mein lieber Schwolow, wäre es wirklich am besten, wenn du direkt ins Ausland wechselst. Das hat sich so krass gerade angehört. Ob man eine etwas ruhigere Liga wieder stabilisieren kann von den Leistungen. Vielleicht wird er dann langfristig. Ja, nach Luxemburg oder so. Die haben auch eine ganz gute Liga, habe ich gehört. Oder Lichtenstein, haben die eine eigene Liga? Man weiß es nicht. Auch nochmal ein besserer Spieler, weil ansonsten muss man eben sagen, ja, schade, dass er an die Leistungen von Freiburg nicht mehr anknüpfen kann. Bei uns war das Umfeld einfach auch katastrophal. Also, ich denke mal, das nimmt man ihm auch nicht übel. Man muss sich vorstellen, Schwolo in der Saison 17, 18, das ist jetzt mittlerweile schon fünf Jahre her, gewann Schwolo den goldenen Handschuh für den besten Torwart der Bundesliga. Er war dort nicht mehr wegzudenken. Aber bei uns war das gar nichts. Und bei uns hat er die goldene Himbeere gewonnen. Den himbeerfarbenen Handschuh, Alter. Schalke ist das auch nichts. Aber jetzt kommt noch ein Riesenhaken, den man, denke ich, benennen muss. Schalke eine Vier hat den Spieler... Neppi wohnt doch selber nicht in Deutschland. 1.100 Kilometer nach Bremen, wo soll er denn wohnen? Der war stark, mein Lieber, der war stark. ...theater BSC darüber informiert, dass man nicht langfristig mit Alexander Schwolo plant. Und das im Oktober. Und da muss man wirklich mal die Schalke-Verantwortlichen hinterfragen, was das für ein dummer Move ist. Jetzt spielt quasi Schwolo für Schalke, obwohl er weiß, dass er im nächsten Jahr nicht mehr für Schalke spielt. Ich frage mich, ob Schwolo noch weiterhin die Motivation hat, auch für Schalke gute Leistungen zu zeigen. Wenn er denn weiß, was er dort im... Weiterhin gute Leistungen zu zeigen. Ja, ich glaube, der wird genug Motivation haben, weil seine Karriere steht auch langsam an einem Scheideweg. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber der kann einfach keine besseren Leistungen zeigen. Der löchrige Handschuh würde Schwolo bekommen, das passt besser, ja. Ich finde das von den Schalke-Verantwortlichen ein bisschen unklug gelöst, weil das macht natürlich was mit dem Kopf, wenn Schwolo weiß, dass er dort nicht mehr spielt, wenn Schwolo weiß, dass er nicht mehr die Rückendeckung oder eben die Verantwortung mehr hat. Aber ich glaube, das ist voll richtig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Schwolo ja auch noch im letzten Spiel, das heißt im Spiel gegen den SC Freiburg im Tor stand und dort ganz klar sein bestes Saisonspiel gezeigt hat. Gegen Freiburg war Schwolo das erste Mal seit so ein, zwei Jahren wirklich wieder eine Rückendeckung. Deswegen finde ich den Move von den Schalke-Verantwortlichen jetzt in diesem Augenblick im absoluten Abschiedskampf auf dem 18. Platz Schwolo und Hertha darüber zu informieren, ja einfach mal mindestens unklug. Aber ob er jetzt noch motiviert ist, langfristig gute Leistungen zu zeigen, weiß ich nicht. Aber wir hängen damit im nächsten Jahr wieder auf Schwolo rum. Oh Gottes Willen, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und mal schauen, wie wir dann in Zukunft mit ihm... Ey, was hat denn der eigentlich mittlerweile für einen Marktwert? Hat der überhaupt irgendeinen Marktwert noch? Das hört sich mal so gemein an. Es geht nicht um den Menschen-Schwolo, nur um den Fußballer, ja. Ich glaube, der ist wirklich ein sehr, sehr netter Typ, aber alter. Naja, immerhin noch drei Millionen. Ich frage mich zwar, wo die herkommen, aber immerhin. Und der hat tatsächlich noch bis 25 bei uns Vertrag. Es ist wirklich gruselig. Gruselig. Aber er hat immerhin einmal zu Null gespielt. Bei Schalke. Das muss man ihm lassen. Plan. So, soviel zu Schwolo, soviel zu Schalke. Der ist jemand, der dadurch noch verunsicherter ist, da bin ich mir sicher. Ja, glaube ich auch. Ich weiß noch, bei uns, als dann die Kritik aufkam, wurde er ja auch immer schwächer. Der war ja dadurch nicht noch mehr motiviert, irgendwie, wenn er Fehler gemacht hat. Ich erinnere mich noch an dieses katastrophale Spiel gegen Bayern. War das gegen Bayern? Wo dann auch Niklas Stark noch so einen schönen Rückpass auf ihn gespielt hat. Auf jeden Fall, dann kam ja auch irgendwann die öffentliche Kritik der Berliner Blätter, der Berliner Zeitschriften. Und dann war es ja komplett vorbei mit ihm. Hier, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis an euch. Abonniert ganz gerne kostenlos den Kanal, um in Zukunft nichts zu machen, um die Härte und die Bundesliga zu verpassen. Liked gerne dieses Video, sollte es euch gefallen. Und jetzt sprechen wir. Ja, ja, Schalke hat keine IV, aber was der sich da für Patzer leistet und für Unsicherheiten, der macht halt auch keine Abwehr besser. Im Gegenteil, der verunsichert jede Abwehr. Es sagt ja alles aus, wenn damals ein 20-jähriger Lotti bei uns ins Tor kommt, der noch überhaupt keine Bundesliga-Erfahrung hat und einfach wirkte gegen Schwolo wie ein Weltklasse-Torhüter. Allein schon von der Ausstrahlung. Also der Schwolo hat einfach wirklich, der macht jeden Abwehr, der würde mich auch unsicher machen. Alleine wie der rauskommt, beziehungsweise nicht rauskommt. Alleine nicht nur dieses 1-0 von Hertha gegen Schalke, das war ja ein absoluter Torwartfehler, auch beim 2-0. Der bewegt sich nicht mehr, der steht wie ein Plemum-Männchen da. Der macht nicht mal seine Beine irgendwie so, dass er noch versucht, das Tor irgendwie kleiner zu machen. Nichts macht er über die nächsten Transfer-News. Ich glaube, die News ist jetzt schon wieder ein, zwei Tage her, aber wie gesagt, das Bremen-Spiel war erstmal wichtiger. Und zwar hat die BILD berichtet, dass ein Quartett von Spielern bei Hertha BSC vor dem Absprung steht und bereits schon im Winter Hertha BSC verlassen können. Und zwar sollen dabei auch einige Stammspieler im Visier sein. Und zwar sind vier Spieler auf einer Liste, die den Verein im Winter verlassen sollen, weil sie momentan nicht Stammspieler sind und weil sie einfach zu viel verdienen. Dazu zählt Davy Selke. Davy Selke. Digga, wie oft der schon auf einer Streichliste stand und er bleibt einfach immer. Ich glaube, auch wieder im Winter wird ihn keiner holen. Wobei, es gab ja noch ein paar Gerüchte, an denen ja sogar was dran gewesen sein soll. Englische 2. Liga und so weiter. West Brom. Rich Albion war ja wohl an ihm interessiert. Vielleicht geht auch im Winter noch was, aber er will, glaube ich, auch einfach nicht weg. Er will gerne noch ein halbes Jahr dieses Gehalt bekommen. Aber vielleicht kann man ihn überzeugen, auch wenn er gerade Papa geworden ist, wenn er eine Signing-Fee von irgendeinem Zweitliga-Klub in England kriegt, da verdient er wahrscheinlich sogar nochmal so viel wie bei uns. Vielleicht wird er dadurch überzeugt. Also es hilft uns einfach nicht weiter. Und wenn man den Medienberichten Glauben schenken darf, dann war es ja im Sommer sogar so, hätten wir Selke noch, oder wären wir Selke noch rechtzeitig losgeworden, dann hätten wir sogar noch einen anderen Stürmer geholt. Aber es hat dann halt alles zeitlich nicht mehr gepasst. Soll den Verein im Besten schon im Winter verlassen. Wir wissen, bereits im Sommer gab es an Davy Selke etwas Interesse, zum Beispiel West Bromwich hat Interesse gezeigt. Und jetzt soll Selke auch im Winter wechseln. Ich glaube, das wäre auch die logische Entscheidung, damit wir einen neuen Stürmer verpflichten. Ich finde, wie gesagt, dass wir den schlechtesten Sturm seit einigen Jahren haben. Nix gegen Kanga, nix gegen Jovtic. Aber ich finde, dass dieser Sturm verdammt schwach ist, dass wir dort keinen Torjäger haben. Ja, hat er absolut recht. Und man braucht auch nicht immer. Natürlich ist es auch ein Resultat daraus, dass wir einfach zu wenig Chancen aus dem Mittelfeld kreieren, dass unser Mittelfeld absolut unkreativ ist in der Torchancenvorbereitung. Wenn überhaupt was passiert, dann über die Flügel, über Einzelleistung. Aber trotzdem nochmal, wenn Kanga dann die Chancen hat, macht er sie ja nicht. Er hat jetzt ein Tor mal gemacht, aber wie viele Großchancen hatte er schon? Und er erarbeitet sich halt auch nicht selber irgendwelche Großchancen. Er steht nicht am richtigen Ort und so weiter. Ja, muss sich einfach daran messen lassen. Zwölf Spiele, zwölf Spiele, zwölf Lichtspiele, ein Tor ist einfach zu wenig. Kein Spieler, der die sicheren 15 Tore macht. Deswegen finde ich es schlau, dass wir Davy Selke verkaufen und dann hoffentlich einen Ersatzspieler für Selke holen. Dieses geile Bild, Alter. Was hast du gerade gesagt, Mappi? Mit Kanga verstärkt und dass wir vielleicht dort auch dieses 4-3-3-3 haben und es dann einfach besser zur Geltung kommt mit unseren schnellen Flügelspielern. Es sind noch drei weitere Spiele auf der Liste. Unter anderem neben Davy Selke, dem Fußballgott. Ja, Wladimir Darida. Wladimir Darida, ich glaube, er hat in dieser Saison kaum Einfluss nehmen können. In der letzten Saison war er noch Stammspieler, hat dort ja auf dem rechten Flügel gespielt. In dieser Saison war Wladimir Darida kein Schlammspieler mehr. Er saß teilweise noch nicht. Ja, ein Schlammspieler war er noch. Das war es aber auch. Er war auf der Bank. Und ich glaube, das ist auch logisch und langsam auch konzentriert. 4-3-3-3, habe ich gar nicht gehört. Wie gesagt, Wladimir Darida hat immer für den Verein gekämpft, hat immer auch solide Leistungen gezeigt. Er war jetzt nie einer der Spieler, wo ich sage, er war der Schlechteste, sondern Wladimir Darida war immer einer, der solide für uns gespielt hat, der immer gekämpft hat für den Verein und der jetzt auch in den letzten sechs Jahren sehr, sehr viel Leistung erbracht hat und den ich, wie gesagt, auch sehr dankbar bin für den Einsatz. Aber in dieser Saison merkt man langsam, dass Darida über dem Zenit hinaus ist. Er ist bereits aus der tschechischen Nationalmannschaft zurückgetreten. Für uns spielt er keine Rolle mehr. Ich glaube, er passt auch nicht mehr so gut ins System, Wladimir Darida. Ich fühle ihn ja eher so als ein Box-to-Box oder ein zurückgeschobener Spielmacher. Irgendwie würde ich ihn so beschreiben. Ja, wir haben auch in dieser... Ich weiß gar nicht, wie ich Darida beschreiben soll. ...keinen Platz mehr für ihn und wir wissen, dass er eben auch in den letzten Jahren, ja, auch immer von den Leistungen abgenommen hat. In der letzten Saison war er noch Stammspieler, war dort auch einer, der eine Führungsrolle übernommen hat. Aber ich finde nach... Stammspieler ist er nur noch als Baum im Theaterstück. Das stimmt, das ist so ein geiler Leid, ey. Einigen Jahren kann man jetzt dieses Kapitel beenden. Man muss festhalten, Darida verdient mit Davy Selke und jeweils Seefolge extrem viel Geld. Wie kommt der denn jetzt auf Seefolge? Wie gesagt, auf unsere Finanzen achten. Bobic hat sich das Ziel gesetzt, das Gehaltsgefüge insofern zu senken, dass wir ein entspannteres Gehaltsgefüge haben. Und dazu zählt es halt eben auch, Topverdiener wie Selke, wie Darida zu verkaufen. Die Verträge wurden damals noch von Michael Preetz vereinbart und dort ist eben das Grundgehalt von Darida extrem hoch. Und deshalb fände ich einen Wechsel von Darida auch einfach schlau. Digga, den wird keiner holen. Wer soll den im Winter holen? Ja, denn diese zwei Millionen Euro, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, die können wir uns einfach nicht mehr leisten. Der geht noch zur Union. Der geht noch zur Union und kommt dann zurück in die tschechische Nationalmannschaft und spielt Champions League mit Union. Wechsel im Winter für uns direkt vorteilhaft. Und vielleicht können wir uns dort auch noch mit dem einen oder anderen Ersatzmann ausstatten. Wir sind ja allgemein auch im zentralen Mittelfeld gut besetzt. Tu es da. Naja, ich finde wir sind nicht ausreichend besetzt. Also auf jeden Fall haben wir viel zu wenig Kreativität. Beziehungsweise Leute, die Spiele leiten, lenken und was auch immer können offensiv. Und das, was ein Kevin Prince, Boateng, wenn er fit wäre, machen könnte, kann anscheinend kein anderer bei uns. Also ein Boetius hätte ja wohl so ein Schlüsselelement werden sollen im Spiel von Sandro Schwarz. Ist er aber leider nicht. So ehrlich muss man sein. Bis jetzt für mich hat Boetius ein Spiel gemacht, wo er überzeugt hat. Meiner Meinung nach nicht bisher. Serdar, ja, drei Tore immerhin schon erzielt, was gut ist, aber noch keinen einzigen Bundesliga-Assist für uns gemacht. Überhaupt keine kreativen Momente. Viel zu schwankend in seinen Leistungen. Weniger gute als schlechte Spiele. Also ich finde, dass wir gar nicht gut besetzt sind. Ja, vielleicht mit Toussaint haben wir einen guten für die Defensivarbeit. Schon jetzt kannst du auch noch auf die sechs stellen, aber grandios ist der auch nicht. Aber ansonsten im Mittelfeld, finde ich, sind wir überhaupt nicht gut besetzt. Wir haben ja sehr, sehr viele zentrale Mittelfeldspieler, wenn man jetzt auch noch Boateng und Darida dazuzählen will. Wenn man vielleicht auch einen Richter sagt, der könnte ZOM spielen oder einen Jovetic, aber da kommt ja nichts oder die sind immer nur verletzt. Serdar, Sonjic, Boetius sind vier Spieler für eine sehr, sehr gut besetzte Position. Und dann haben wir natürlich noch einige Jungspieler in der Hinterhand, die auch dort funktionieren können. Sehen wir, Darida kriegt leider immer und immer weniger Spielzeit. Und deswegen fände ich auch einen Wechsel von Darida sinnvoll. Mittelstädt ist der nächste Mann. Darida ist ja genauso wie Platte, also Platte stand ja auch schon ewig angeblich auf der Verkaufsliste. Darida ist ja wie Selke, die stehen seit angeblich zweieinhalb Jahren auf allen möglichen Verkaufslisten, sind ja immer noch bei uns. Ja, weil die auch keinen Abnehmer finden bei solchen Gehältern. Der auf dieser Liste steht und das finde ich wiederum nicht so gut. Mittelstädt, für mich eigentlich der gesetztere Spieler als Plattenhardt. Ich finde unsere Linkspieler-Position allgemein nicht so stark besetzt. Plattenhardt finde ich aber wie gesagt, also nichts gegen Plattenhardt, wie gesagt, seit dem Relegationsflug kann der machen, was er will. Ist mir scheißegal. Aber ich finde Mittelstädt würde zumindest in diesem 4-3-3-System ein besserer Linkspieler-Position. 4-3-3-3, meint er. Er ist einfach ein Linkspieler-Position mit viel mehr Tempo, mit viel mehr technischen Fähigkeiten in der Offensive. Und er halt eben auch die Meter zurückgehen kann und dort auch nochmal. Ja, eigentlich hat die, zumindest was die Flanken angeht, ist Platte besser. Was das 1 gegen 1 angeht, ist Mitti besser. Mitti ist auch besser gegen den Ball. Aber wenn Mitti nicht immer diese Aussetzer drin hätte, wie zum Beispiel gegen Gladbach, dann hätte der wahrscheinlich auch einen ganz anderen Weg bei uns genommen. Ja, Agila ist er. Danke für diese schöne Umschreibung in einem Wort. Plattenhardt ist halt eben ein langsamer, destruktiver Linksverteidiger, der mit Passivität überzeugt. Deswegen würde ich eher Mittelstädt behalten und Plattenhardt abgeben. Aber da wir Plattenhardt zum Kapitän gemacht haben, würde Plattenhardt... Ich weiß wirklich nicht, ob das so ein... Das habe ich schon von Anfang an gesagt. Das hat so viel Risiko gebirgt, dieser Move. Und wenn Platte jetzt der absolute Leader gewesen wäre, okay. Aber das war er ja nicht mal. Klar, vielleicht wollte man ihm ein bisschen Bauch pinseln und hat gehofft, dass er dann weiter so spielt, wie er es am Ende der letzten Saison getan hat. Aber damit hat er sich selber so in die Bredouille gebracht. Weil er kann ja nicht die ganze Zeit den Kapitän draußen lassen und Mittelstädt spielen lassen. Das war von Anfang... Generell auch einen Linksverteidiger zum Käpt'n zu machen in einer Mannschaft, wo man noch nicht weiß, wer super funktioniert, ist schwierig. Es war generell bei uns schwierig, jemanden zum Kapitän zu machen. Aber wahrscheinlich wäre wirklich, auch wenn er wahrscheinlich innerhalb der Mannschaft, das wissen wir jetzt nicht, aber nicht so die krasseste Bindung hat. Einfach wahrscheinlich auch sprachtechnisch. Aber Tuzar wäre da die bessere Entscheidung. Weil wenn du einen Linksverteidiger zum Kapitän machst, dann muss das irgendein Typ sein wie Philipp Lahm. Wenn er Rechtsverteidiger war und dann irgendwie schon, weiß ich nicht, zehn Jahre da Stammspieler war, nicht wegzudenken war und da überhaupt keine Konkurrenz hatte. Aber das war ja bei Platten hat leider nicht der Fall. Der hatte ja eigentlich, war der schon völlig auf dem Abstellgleis, hat dann die letzten sechs Spiele nochmal komplett rasiert. Ja, das ist einfach, weiß ich nicht, taktisch irgendwie nicht clever gewesen. Mittelstedt würde vielleicht noch bleiben, wenn man ihn verlängert, könnte ich mir schon vorstellen, weil der hat ja auch Hertha im Blut, der ist ja selber ein Hertha-Fan. Aber ich glaube, dass Hertha nicht mal mit ihm verlängern will. Und ich glaube, dass er auch gar nicht so einen schlechten Vertrag hat, wenn der noch damals von Preetz war. Der wird deutlich weniger verdienen als in Darida und als in Plattenhardt, aber ganz so wenig wird er auch nicht verdienen. Wie gesagt, nicht so gut, denn ich finde unsere Linksverteil-Position allgemein nicht so stark besetzt. Aber vielleicht eröffnet das auch die Möglichkeit, dass, wenn wir Mittelstedt abgeben, einen weiteren Linksverteil jetzt verpflichten, der vielleicht die Qualität hat, mal diese Bauchstelle, die wir schon ja einige Saisons haben, endlich komplett zu füllen. Wobei ich ja, wie gesagt, sagen muss, also wir haben ja auch noch Björkern, der kommt sicherlich auch noch zurück. Oh ja, der kommt ja noch zurück, können wir die Laie nicht abbrechen? Aber für ihn versuchen wir dann auch einen neuen Verein zu arrangieren. Der letzte Spieler auf dieser Liste. Ja, Lukas Ullrich, glaube ich, auch will man die Chance geben, würde ich auch machen. Jetzt hat er am Wochenende die U23 wieder 5 zu 0 verloren. Aber ich würde ihm auch die Chance geben, er ist mir defensiv noch nicht gut genug, aber der hat einen schönen Esprit nach vorne. Aber da steht er noch nicht mal fest, er wollte ja eigentlich zu Gladbach, wir haben ihm keine Freigabe erteilt, der müsste erst mal verlängern. Noch haben wir mit ihm nicht verlängert. Solange wir ihn nicht verlängert haben, kannst du auch nicht auf den bauen. Und man weiß natürlich eh nicht, ob es klappt, aber du müsstest erst mal mit ihm verlängern, um dann auf ihn setzen zu können. Ich habe ihn schon einmal erwähnt, ist Deo Weisio Zeprug. Deo Weisio Zeprug, auch dieser Wechsel ist logisch. Ich glaube, er hat maximal mal in der zweiten Mannschaft gespielt. Nein, Zeprug darf er sich verlassen. Man plant nicht mehr mit ihm, es ist tragisch, dass der Wechsel am letzten Tag nicht mehr funktioniert hat. So saßen wir jetzt ein halbes Jahr mit Deo Weisio Zeprug hier rum. Also, wie gesagt, ein Wechsel von Deo Weisio Zeprug wäre logisch und in diesem Winter peilt man genau diesen Wechsel an. Ich hoffe, er wird dann an seinem neuen Verein wieder an alte Leistungen anknüpfen können. Bei uns war das, wie gesagt, alles zwecklos. Aber er muss festhalten, bis auf Zeprug, Selke, Darida und Mittelstädt haben sowieso im Sommer auslaufende Verträge. Und von daher wird... Björkern, der schlechteste Transfer-Nord-Joke, sagt Dominik. Ja, kann man, also von Scouting her vielleicht, ja, der reist ja bei, der spielt ja bei Fairnord gar keine Rolle mehr. Aber er war immerhin ablösefrei, hat höchstens ein bisschen Signing-Fee gekostet. Ich glaube auch nicht, dass er bei Bodo Glimt so viel verdient hat, dass wir jetzt da tief in die Tasche greifen mussten. Aber wie es gerade Jessian schreibt, zum Beispiel so ein Maolida, Alter, da haben wir immerhin 4 Millionen Ablöse bezahlt. Das ist dann noch deutlich schlimmer. Man muss einfach nur den Prozess, ja, beschleunigen, wenn man diese Spieler im Winter verkauft. Für mich fehlt noch Maolida auf dieser Liste, aber mal sehen, ob vielleicht, denn bis dahin ist er noch 2 Monate Zeit bis zum Mitteltransfer-Fenster, ob da noch einige Namen, ja, dazukommen. Ansonsten, Mittelstädtsabgang, damit wäre ich nicht so glücklich. Alle anderen sind absolut verständlich und, ja, das war es mit dieser Ausgabe der Hertha BSC Transfer-News. Wie gesagt, Zusammenfassung, Schwolo kommt zurück, Selke, Darida, Mittelstädt und Seefolk sollen im Winter wechseln. Und das war es mit diesen heutigen News. Was hat denn Darida eigentlich noch für einen Marktwert? Darida. Immerhin noch 2,2 Millionen. Mittelstädt 3, Schwolo 3, was hat Seefolk? Hat er auch bestimmt noch 3 Millionen, weil er so jung ist wahrscheinlich. Oh, nur noch 1,5 Millionen. Ei, 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 ei. Naja, die Marktwerte würden wir auf jeden Fall nicht erzielen. Was ich aber interessant finde, wie viele Seefolks es hier gibt. Schade, der hat schon Karriereende. Sind das alle, sind die alle verwandt? Ich glaube nicht, dass so viele Seefolk heißen, zumal die alle die gleiche Herkunft hier haben. Was ist denn mit Lee Quintio Seefolk? Können wir den nicht auch noch holen? Guck mal, der ist ja 17. Beim FC Wollendam. Der hat doch neulich ein Tor geschossen, ne? Dieses schöne Tor, was Seefolk gepostet hat. Könnte man eigentlich auch noch holen. Lee ist der koreanische Messi, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.